Baby Nummer 4 ist da. Cristiano Ronaldo wird erneut Vater und postet ein glückliches Familienfoto aus dem Kreißsaal. Für den Real Madrid-Star ist es bereits das vierte Kind. Sowohl sein siebenjähriger Sohn Cristiano Junior, wie auch die fünf Monate alten Zwillinge Iva und Mateo kommen mit Hilfe einer Leihmutter auf die Welt. Seit 2016 ist der Fußballer mit der 23-jährigen Georgina zusammen, die ihm nun Baby Nummer 4 schenkt. Der jüngste Familienzuwachs heißt Alana Martina und allein die Bekanntgabe des Namen vor einigen Wochen löst bei den Fans Freudensprünge aus. Jetzt postet Cristiano ein Familienfoto frisch nach der Geburt. Neben ihm zu sehen sind sein kleiner Sohn Cristiano Junior, die frischgebackene Mama Georgina und auf ihr liegend, das Köpfchen und eine Haube versteckt, liegt die kleine Alana Martina. Der Fußballer schreibt dazu, Alana Martina ist gerade geboren, Mutter und Kind sind wohl auf. Wir sind alle sehr glücklich. Die Freude bei den Fans ist ebenfalls groß. Das Foto erhält in nur wenigen Stunden bereits über sieben Millionen Likes. Jetzt warten natürlich alle gespannt auf das erste erkennbare Foto des kleinen Babys. Wir sagen herzlich willkommen auf der Welt, Alana Martina.